Ich bin Nicole. Ja, hallo Nicole. Was kann ich dir sehen? Ja, ich habe jetzt in den nächsten drei Wochen eine wichtige Mathe-Klausur und die möchte ich gerne gut bestehen. Ich studiere nämlich Technikjournalismus und Mathe ist da nicht so meine Stärke. Und eine Dozentin hat mir erzählt, dass hier eine Studierwerkstatt stattfindet. Ja, bestimmt. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Die Studierwerkstatt ist für alle Studenten offen und sie können kommen. Und wir haben zwei Termine und sie können bei uns ihre Matheübungen durcharbeiten. Ich habe bestanden. Super, super. Das freut mich wirklich. Das ist doch toll. Sie haben sie sehr gut. Super gearbeitet. Ich bin so froh, dass es die Studierwerkstatt gibt. Das hat mir echt sehr viel geholfen. Das finde ich gut. Das finde ich gut, weil sie haben wirklich viel investiert, viel gearbeitet und ich bin froh, dass es so ein tolles Ergebnis gibt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, ich bin der Studierwerkstatt wirklich sehr dankbar. Die Mentoren waren immer da, die Dozenten waren immer da und haben mich gut unterstützt bei der Arbeit. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Beispiel dafür bin, dass das Projekt funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.